Moin Moin, wir sind zurück mit einem neuen Let's Play. Wie ihr seht, ich habe ein neues Textual Pack, das ist das Minenarbeit 1.8 glaube ich. Weil wir spielen ja jetzt auf der 1.2.3 Version und die Honeypull Texturen, die habe ich zwar, bloß irgendwie funktionieren die nie bei mir. Und ich weiß, das Textual Pack ist jetzt noch nicht das gelbe vom Ei. Okay, ich bemühe mich, dass ich dann auch eins kriege. Ja, und da würde ich sagen, letztes Mal hatten wir hier die ganzen Etagen gezimmert. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt mal weiter, bevor wir wieder weiter in die Mine hineingehen. Weil das wollen wir jetzt schon... oder wo machen wir das? Das können wir jetzt wegmachen. Ich bin dran gewöhnt, ey, die Text... Also die Texturen, das sind quasi wie die Originalen, halt bloß... Das Glas ist schöner, die Fackeln sind anders, aber so vom Grundprinzip her, außer dass ich kacke aussehe, sind die ganzen Items und alles gleich geblieben. Ja, also... Eigentlich wollte ich ja mit nem... Äh... Mit nem... Mit nem Mix aus Nisa und Honeyball spielen, bloß ich glaub, da ist für die 1.2 noch nix raus. Und deswegen... Sag ich jetzt, gehen wir zum Crafting Table. Ne, und deswegen muss ich mich jetzt mit diesem Texture Pack erstmal begnügen. Ich meine, es sieht vielleicht jetzt ein bisschen Comic-mäßig aus. So schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Wir haben es, glaub ich, auch im Let's Play Together. Mit dem Creme. Aber sonst, finde ich, ist es eigentlich... Man muss es halt mögen, sagen wir's so. Zum Beispiel dieses Bett, das sieht schon mal kacke aus, finde ich. Na gut, äh, wir wollten uns eine Tür craften. Bedeutet, ähm... Wir... Bauen jetzt uns hier, oder craften wir uns hier einfach mal eine Tür. Gehen dann... Ja, wieder hoch und setzen einfach mal hin. 1, 2, 3, 4... Und 1, 2, 3, genau... Oh, jetzt hab ich vergessen. Hier. Das Brot brauchen wir jetzt nicht. Dafür können wir die Tür und die Holzblöcke reinnehmen. Hm, und jetzt sollte ich das wirklich so machen? Hm. Na gut, also ich würde sagen, wir setzen das jetzt hier einfach mal alles auf... Ja, mit Glas machen wir das jetzt einfach mal. So, wie wir's auch schon da hinten hatten. Ja, und da gehen wir jetzt in die Kiste wieder. Oh Gott, die ist auch schon fast schon voll. Brauchen wir mal ein paar neue. Wir nehmen uns eh mal die ganzen Spitzhacken hier mit. Werden wir dann in die Mine gehen. Und ein Schwert, für alle Fälle. Und machen uns dann eh noch neue Sachen. Also, gehen wir jetzt einfach mal hoch. Ich muss doch vorsichtig mit dem Glas sein, weil das bleibt ja nicht. Das geht dann einfach mal... ...gekonnt weg. Also, wie mach ich das jetzt so? Na, wir können ja erstmal ausprobieren, hier überall das... ...mit Holz zu machen. Das, finde ich, wiederum sieht kacke aus. Aber... ...ich probier's jetzt einfach mal aus. Näh! Ach komm, wir lassen die Tür jetzt einfach hier mal schwul weg. ...kümmern uns erstmal drum, dass der Balkon überhaupt entsteht. Und kümmern uns dann um... ...nein, mein Holz! Und kümmern uns dann um die ganzen Sachen wie... ...das Glas und alles. So. Ja, oder ich mach das so. Und setz da jeweils das Glas hin. Ich glaub, so werde ich es auch machen. Und jetzt setzen wir da noch Türen, oder lassen das so. Also... ...bewegen wir uns mal geduckt, um hier... ...natürlich ist mir auch aufgefallen, dass... ...das zeig ich euch mal schnell... ...dass von innen jetzt... ...die obere Wand nicht eins weiter unten ist. Aber dann würde das mit der Treppe wiederum nicht hinhauen. Und ich finde, die Treppe, die sollte schon mal bleiben. ...wieder ein Backendinkt hier. Das können wir auch alles wegmachen. Das machen wir auch mal weg. Also ich glaub, ich mach den Raum hier erstmal so ein bisschen... ...also die Wände lass ich. Aber die Decke, die... ...kann ich ja... ...aus Holz machen. Das sieht schon besser aus. Also, wie ich es jetzt gemacht hab. Aber was ich mit den Wänden machen, das weiß ich noch nicht. So, also setzen wir da einfach die Fackel hin... ...und bewegen uns wieder hier hoch. Die Sonne geht eh gleich unter. So, das wollte ich eh noch eins weiter nach oben bauen. Aber kack drauf. Wir machen jetzt einfach mal den Balkon so hier, wie weit das Holz auch geht. Weil das ja eigentlich ziemlich symmetrisch angeordnet ist. Und größer brauchen wir den auch nicht. Das sieht dann kacke aus. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Jetzt hab ich kein Holz mehr. Aber wir hatten ja letztens da hinten ein paar neue Bäume gepflanzt. Das ist ja auch... Ja, die Blöcke, die sind auch nicht wundern. Die sind allgemein mit Gras bedingst. Was ist das da hinten? Wie gesagt, wir spielen uns zu 1.2. Blaue Blumen. Nein, ein Pilz. Ach, das sind Pilze. Ne, es wird grad Nacht. Und das sind Kühe. Also, es sieht alles. Er hat... Also, der Mann oder der Typ, der das hier gemacht hat, das Texture Pack, hat eigentlich auf die alten Minecraft-Texturen mitvertraut. Ja, und wir legen uns hier mal in unsere alte kleine Baracke. Ja, jetzt geht's. Ja, und ich würd' sagen, so langsam, wenn wir den Balkon dann fertig haben, bewegen wir uns in die Mine. Mit Feuer. Na ja, okay, jetzt muss ich erst mal... Was soll denn das? Auf zu den Bäumen. Man müsste sich mal teleportieren können, ey. Das ist auch so nervig immer. So, das da wächst gut. Da können wir das dann auch wegmachen, so dass der... das ganze Laub da wegfällt. Und ich wollte, ich will ein Huhn. Filze sind hier also blau. Auch das Wasser ist jetzt halt ein bisschen schöner. Also, das heißt nicht schöner, aber ich find' statt gleich ohne Texture Pack zu spielen, ist das eigentlich eine ganz gute Abwechslung. Natürlich ist es jetzt nicht das Remake und alles, aber so schlecht sind die Minecraft, die Originalen jetzt auch nicht. Also, ich würd' jetzt nicht sagen... Ah, jetzt hat ich grad' weggebaut. Na gut. Da ist auch noch was gedroppt. Da auch. Und jetzt können wir da eigentlich wieder nach hinten gehen. Worum ich da Erde hingebaut hab', weiß ich auch nicht. da treibt sich ein Enderman in sich herum. Irgendwo in diesen Wäldern und treibt sich der Enderman rum. Ist ja auch schon eine lange Zeit her, seit ich das letzte Mal aufgenommen hab, bloß, nicht wundern, ich hab jetzt letztens die ganzen Videos online gestellt, bloß, die sind schon ein bisschen... Also, das war auch schon eine Zeit her, als ich die dann gemacht hab'. Den bauen lassen wir mal. Und wir bauen mal lieber hier die ganz kleinen ab. Boah, ich kam damals noch nicht halt zum Hochladen. Und deswegen... mussten wir es so angehen. Ich könnte auch mal einen Weg zur Mine bauen. Aber das wäre alles nicht aufwendig und würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Das mache ich lieber, wenn alles Wichtige gebaut ist. Das kann man ja, glaube ich, sogar hochgehen. Wie, weiß ich aber noch nicht. Ja, genau. Man glitscht sich da dann irgendwie durch. Also, man muss, glaube ich, springen und dann festhalten. Genau. Das ist jetzt auch... Also, das ist auch neu dazugekommen. Weil... Keine Ahnung warum, aber ich finde es gar nicht immer schlecht, weil sonst waren die eigentlich immer nur sinnlos. Die ranken da. Und jetzt haben die wenigstens mal einen Grund. Die Co. Haben wir einen Eimer mit? Nee, haben wir nehmen. Aber wir können jetzt mal folgendes machen. Wir können... Ja, komm, Holzmaul. Wir können das hier machen. Na, nichts draus geworden. Leider. Manchmal schlüpft da so ein... Ne, wie heißt's? Ein Huhn raus, wenn man Eier wirft. Also nicht auf Kuh werfen, sondern mit rechter Maustaste. Dann zerspringen die und da kommt ein Huhn raus. Klingt unlogisch, ist es auch. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber... Naja. Ne, 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 ne. Sauerbrotten. Ja, das werde ich noch alles ein bisschen... Aber ich finde das, wenn der Rohkomplex aus Erde ist, eigentlich auch ganz schick, weil dann sieht's so... so kacke aus. So kacke ausnehmen. Ich mach das noch alles eins höher. Habe ich grad mal so überlegt, weil das sieht schon ziemlich angeglatscht aus. Und machen wir das einfach mal ein ganzes Teil höher. weil ich will ja auch ein bisschen Bewegungsfreiheit haben. Ich soll den Ton vielleicht mal ein wenig leise machen. Also, auf die 23. Weil... Ich weiß nicht, wie ihr das da hört, aber... Warum nicht? Ich spiel wieder. Die alten Texturen. Na toll, jetzt ist es kaputt gegangen. Kämpchen, ne. Das braucht schon neue. Habe ich noch in einem Inventar? Ne. Also, wieder nach unten und neue Schaufel gemacht. Dazu benötigen wir einen Block Eisen. Und einen Crafting Table. Keine Sticks mehr. Dann müssen wir erstmal ein paar machen. Acht. So, das machen wir dann. So und so und zack. Eine Schaufel. Und es kann weitergehen. Also, es ist echt nicht schwer, Obsidian zu finden. Das sieht auch geil aus. Kann sein, dass sich die Welt leicht verändert hat? Das werde ich mir jetzt mal anschauen. Weil irgendwie sah das doch mal anders aus. Ne, doch. Aber von dieser Perspektive sah es übrigens geil aus. So, es würde so einen Weg in so eine Schlucht reinführen. Das hatte schon irgendwie Style. Hier so. Geil. Wie? Das ist, glaube ich, jetzt der, wie viel das ist? Der 16. oder der 15. Teil? Mal schauen, was ich dann noch so online stelle. Ich wollte ja eigentlich noch... Also, Let's Play Together. Das Serverless Show hatten wir jetzt auch gemacht. Problem war nur, ich habe das ja mit Creme gemacht. Und der... Naja, also wir haben das mit Skype aufgenommen halt, während er geredet hat. Bei ihm klappt es ja auch. Da hört man, wie ich rede. Also, ich stelle auch noch hier den Link rein, wie er zum Let's Play Together kommt. Aber es ist schon beim... Als ich da... Ich habe das Serverless Show aufgenommen, weil er konnte, glaube ich, bei ihm hat es dann irgendwann mal gehangen. Irgendwie hängt es sich immer nach einer Viertelstunde auf. Und das ist halt nicht so eine Reise. Deswegen haben wir beschlossen, dass ich aufnehme. Und... Genau. Und... Aber bei mir, als er gesprochen hat, hat es halt irgendwie nicht das aufgenommen, wie er gesprochen hat. Und dann war halt immer eine Lücke. Also, ich hätte... Könnte das zwar rausschneiden, aber wir überlegen, ob wir das jetzt nochmal machen. Halt bloß, dass er aufnimmt. Oder... Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Boah. Mich ärgert es, dass ich den Enderman da nicht killen konnte. Aber der war so schnell weg, du. Und jetzt setzt er hier... Also, das war ich, diese Formation, oder? Aber den Rest... Ich hätte den echt mal killen können. Na gut. Machen wir das alles einfach mal hier noch eins höher. Und dann schauen wir mal, wie das dann sich aufs Gesamte auswirkt, weil es ist ja... Wie gesagt, alles eins höher. Boah, ich habe nur noch... Ach, reicht das? Jo, das reicht. Jetzt sieht das nämlich so noch aus. Ja. Gut. Jetzt machen wir ja... Ich bin noch vor der Nacht, dass das hier oben wieder zu ist. Das wird aber schwer. Weil die Tage vergehen schnell. Es bleibt keine Zeit mehr. Na okay, doch, das geht schon noch. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wenn dann hier so eine leichte Bemosung ist. Aber wie gesagt, die Sonne geht schnell unter. Wir sollten uns mal beeilen. Zur Not bauen wir die Nacht durch. Es kann ja kein Creeper fliegen. Beziehungsweise, ich hoffe, dass keiner auf meinem Haus gespawnt wird. Jetzt kann ich das sogar noch alles eins höher setzen. Jetzt bräuchte ich ganz schön viel Erde. Das kotzt mich gerade irgendwie an. Aber was tut man nicht alles, damit es einen halben schöner aussieht. So, das Ganze können wir da wieder weg machen. Und wir haben noch einen Erdblock. Den setzen wir mal dorthin. Also, an Erde mangelt es einem in Minecraft echt nicht. Also, wem es an Erde mangelt. Noob. echt mal. Oh Gott, es wird dunkel. Oh Gott. Ich schaffe es nicht. Wo habe ich das gesetzt? Da drüben. Also genau, hier. Genau. It's the nice. Oh Gott. Oh, es bleibt mein Kaffee. Ich bleibe mein Kaffee. Das sieht auch nicht schlecht aus, der Weg, der dann da hochführt. Den werde ich dann auch noch vervollständigen, dass der bis runterführt.